Ja, toll, 13 HP noch. Nach einem Schlag, ich hatte gerade 40. Hey, langweilig, es kommen noch mehr. Robin Hood hat wieder ein Stück Brot gefunden. Okay, Brot bedeutet Heilung, ganz bestimmt. Ey, verpiss dich von mir. Ähm, ich nehme jetzt am besten ein Stück Brot. Äh, was ist das? Was ist das? Kann ich's essen? Nein. Muss ich überhaupt essen in den Kopf hier führen, mal schauen? Hä? Ach, in den Bauch. Robin Hood kann ich mehr tragen. Was? Kann kein Stück Brot tragen. Äh, in die Hand dann? Ja. Und jetzt, wie esse ich's? Ja. Äh, hallo. Select? Nein, nichts. Take, took, look, hä? Scheiße. Nein, nicht reden. Take. Äh, ja. Es ist noch schwer. Nein! Moment, bin ich gestorben? Ja, fick dich doch. Ich wollte den Trank holen. Okay, game over. Continue. Wo sind wir jetzt? Okay, wir starten hier mit Azam und wir haben 100 HP. Okay, ich will jetzt nur noch sehen, die Items. Wir haben nur die Fackel, okay. Ähm, jetzt geht's schneller voran. Wah, wah, wah. Sterb, sterb, sterb. Ey, wie konntest du mir wehtun? So. Ja. Was? Wir haben jetzt eine Bandage gefunden? Aha, die Items sind nicht immer dieselben. Gut. Boah, da, 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 da. Hey. Wichser. So. Okay, jetzt untersuchen wir ihn mal. Äh, schon wieder eine versteckte Bandage, okay. Die nehmen wir. Äh, weiter vor. Äh, 82 HP. Die Gegner haben es echt drauf, ein Gefühl HP abzuziehen. So, tot. Tot. So. Ach komm, dieses Suchen ist so lastig. Schon wieder eine Bandage, okay. Vorhin gab es nur gummiges Brot. Und jetzt gibt's plötzlich richtige Verbandskosten. Wow. Äh, ja. Äh, scheiße. Ja, die Steuerung ist ja zwar sucklich. Aber ich hab's, glaube ich, bald raus. Äh, äh, äh. Scheiße. Wann soll ich euch alle bekämpfen? Scheiße, 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 scheiße. Ja, jetzt soll ich zwei Leute zurück versuchen. Einen versteckten Apfel. Take. Äh, nehmt den Apfel, okay. Jetzt zum anderen. Was finden wir jetzt? Ein... Was? Okay, ein Stück Fleisch. Er nimmt das Fleisch. Exit. Hier, der Trank. Den wollte ich nehmen, wegen dem bin ich verreckt. Na, super. Okay, jetzt. Äh. Äh, äh, äh. Hey. Ach man, ich hang jetzt ein bisschen an der Mauer. So, zack, 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 zack. Okay, geschafft. Ach, scheiße. Wo sind wir denn überhaupt? Ist das hier Kanalisation von Jerusalem oder was? Okay. Ja. Hey, was ist los gewesen gerade jetzt? Search. Eine versteckte Bandage. Ich glaube, ich kann nicht mehr so viel tragen. Kann das... Moment, was? Peter sees nothing to take. Warum Peter? Ist doch der Erste, den wir gesehen haben, hä? Moment, auf Player. Unser Inventar ist voll, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Ich will was essen, aber ich weiß nicht wie. 46 HP. Ja, super. Ey, hier kann man echt super schnell Leben verlieren. Ja. Ey, treibt keinen Scheiß mit mir, sonst kann ich... Jesch, was ist das? Ich habe es jetzt gelesen. Er heilt aus, aber schlägt nicht zu. So, jetzt hoch, oder? Mal gucken auf die Karte. So, hier Merk. Ja, hier müsste es eigentlich theoretisch rausgehen. Was ist jetzt los? Ah, Sam spricht. Unsere Flucht steht kurz... Steht, äh... Ja, hier im Norden ist unsere Flucht möglich. Mann, oh Mann, Englisch ist schwer. Oh, und... Warte, Peter redet. Oh, nein. Sie... Sie... Unzingeln uns. Kämpft um euer Leben. Was ist jetzt kaputt? Wow. Was ist das für... Äh? Ah, plötzlich tut man jetzt mit A zuschlagen. Na, super. Ey, verpisst euch, verpisst euch. Alalalalalal. Ey. Können meine Kameraden sterben? They are surrounding us. Ja, ja, toll. Oh, ich kann sogar rechts oben zuschlagen. Oh, mein Gott. Ist das... Das ist alles viel zu kompliziert für ein NES-Spiel. Ähm. You manage to defeat the guards, but not without causality. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Du hast es geschafft, die Wachen zu besiegen, aber nicht mit irgendwas. Ich bin... Es ist schwer verletzt, Robben. Halt... Halte dich am... Nimm meine Schulter, Peter. Wir müssen schnell... Meine Wunde ist zu groß. Ich kann nicht weitergehen. Wir müssen weitergehen. Mehr Wachen kommen. Hä? Ich vergiss da und wie ich den Hassem synchronisier... Egal. Ich werde die Wachen so lange aufhalten... Ich werde die Wachen so lange aufhalten, solange ich kann. Macht euren... Macht euch auf zu fliehen. Nimm diesen Ringt für meine... Zu meiner Schwester. Schwöre, dass du ihn für mich beschützen wirst. Okay. Schwöre es, Robben. Ich schwöre es. Lasst uns gehen. Macht Scarface an Acton Horn. Was? Macht das... Ein... Ach, komm. Peter verlässt Robins Wande. Okay, okay. Hey, das Spiel ist echt geil. Wow, noch mehr Wachen. Stirb doch. So. Robben und Assem sind den Wachen entflogen mit knapp ihrem Leben. Sind knapp... Ja, egal. Nach zehn Monaten Reise. Irgendwas mit Perl. Fogged with Perl? Was heißt das? Hm. Robben und Assem sind zuletzt... Äh, haben nun die... Grenze von England erreicht. Was heißt Schorst, oder? So. Falls ihr euch jetzt fragt, was das für ein Geräusch im Hintergrund ist. Ich hab nur die Jalousien von meinem Fenster runtergelassen. Falls man das überhaupt gehört hat. Okay, wir sind jetzt in England. Okay, hier geht ein alter Sack rum. Oh, ich wollte ihn nicht schlagen. Oh, das ist eine alte Frau. Hallo, mein junger Mann. Die Regeln von England haben sich verändert seit dem Fall von Richard. Seit Richard, König Richard, ähm, im Kampf gefallen ist. In den Kreuzzügen. Ein komischer Tyrant, Sheriff Nottingham, ist, äh, herrscht denn über das Land mit brutaler Tyrannität. Äh, Alwin Fust, was heißt das jetzt auch? Mit, ach, sagen wir es einfach, brutaler, äh, Tyrannität. Das ist das Gleiche. Er stahl all unsere, unser Habengut und brannte unser, der Farb, welche nun ihm gehören. Nicht einer hat, nicht einer traut sich, ihn zu stoppen. Oder ist es nicht, äh, ist nicht in der Lage, er zu tun. Ja, ja. Okay. Äh, wo ist die Frau hin? Du löst dich in Luft auf oder bist du in meiner Gruppe gejoint? Hm. Och, komm, ey. Links, rechts oder oben? Na, geh mal links, ich seh da einen Trank. Oh. Okay. Jetzt ein Kenner, oh, okay. Wirkliche Kenner des Spiels werden sich wirklich lustig über mich hören. Aber naja, ist halt blindes LP. Äh, ja, Wachen laufen im Wand rum. Ja, und ihr seht zufällig aus wie die Wachen aus Jerusalem. Aber ich weiß es, hier gehört diesen... ...Nuttingham Sheriff, oder wie der hieß, der neue... ...Tiran. Ach komm, wohin sollen wir gehen? Egal, ich will mich erstmal heilen. Player? Komm jetzt, dieses Stück Fleisch. Drücken wir dir in die Fresse. Los, fress! Es geht nicht. Ach, da ist der Mond. Robin ist ein Stück Fleisch. Gut. 56 HP, was? Willst du mir sagen, dass das nur 9 HP gebracht hat? Ach. Och, ey, Leute. Hm. Was ist jetzt los? Ach, ASM-Spring. Robin, ich höre ja irgendwann welche Stämme aus dem Norden. Irgendwelche Geräusche aus dem Norden. Ja, und? Willst du jetzt zurückgehen oder nach oben oder was auch immer? Ah, da, 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 da. Äh. Oh, ein Bogen. Das Element von Robin Hood. Und? Was fruchtelst du so mit deinem Schwert rum? Willkommen zu Hause in Loxley. Ich glaube, der wird mich im Schwertkampf trainieren. Kann das sein? Ich bin... G... Der... Was? I'm Guy of Gisborne. Der Sheriff... Der Cousin des Sheriffs. Ich bin so froh, dass du hierher kommst. Du... Rettest die Probleme, die du finden wirst. Oh, mein Gott. Das Übersetzen ist echt schwer. Bring ihn um. Man. Äh, man. Äh? Was ist los? Ah, jetzt kommen noch ein paar Wachen von diesem Sheriff. Äh, mit Arsch legt man. Hab ich vergessen. Äh, ach, der weiß ist mein Freund. Ja, stirbt. Nur ein Schlag und dann...